Wir nehmen jetzt einfach mal fern der großen Monats- und Jahresscharts mal eine andere Geschichte und wir schauen uns mal Intraday-Verläufe an. Gucken wir doch mal auf den Euro-US-Dollar. Da haben wir hier, der Forex-Markt ist ja bekanntermaßen in 24-Stunden-Handel. Sonntags 23 Uhr mittel-europäischer Zeit geht es ja im ozeanischen Raum los, also Neuseeland, Australien, Japan, China, so zieht sich das ja durch den Globus durch. Also haben wir hier einen 24-Stunden-Handel und interessant zu sehen ist, dass Euro-US-Dollar mehr oder weniger oszilliert, weil es ja eine Währung ist. Aber wir haben trotzdem Phasen, schauen Sie uns das an, zur European-Session zwischen 8 und 9, wird technisch gesehen mit Sicht auf die letzten 10 Jahre nur bis 2012. Dennoch hier interessant zu sehen, dass wir hier ein technisches Tief machen, um dann mit dem europäischen Handel, also das Handelsvolumen steigt in Europa, die europäischen Börsen eröffnen, die Londoner-Session ist dabei, da hat der Euro tendenziell bis zum Nachmittag hin eine steigende Tendenz. Das ist hochinteressant, wie ich finde, und kann man eben auch jetzt unabhängig der großen Geschichten auch runterbrechen auf zum Beispiel den Intraday-Verlauf vom Euro-US-Dollar, dann aber jedoch nur 10 Jahre. Interessant auch in Sachen Volatilität, nächster Chart. Hier sehen wir zum Beispiel die durchschnittliche Schwankungsbreite im 10-Wochen-Durchschnitt jetzt, also da kann man auch ein bisschen spielen. Aber hier sehen Sie auch, wie viel bewegt sich Euro-US-Dollar in Pips, Pips sind die Punkte beim Währungspaar, hier praktisch pro Stunde. Das sehen wir hier am Nachmittag 14.30, 15.30, also Wirtschaftsnachrichten und Eröffnung der US-amerikanischen Börsen, haben wir statistisch die höchsten Ausschläge in der Stunde beim Euro-US-Dollar. Ja, interessant. Hier hingegen in der Asia-Session, Euro-US-Dollar, asiatisch-pazifischer Raum, hat kaum Berührungspunkte, bewegt sich das Währungspaar unter 10 Pips oder im Bereich von 7 bis 10 Pips. Also wenn man da zum Beispiel Euro-US-Dollar handeln wollte, macht es wenig Sinn. Da sind die ozeanischen, die Yen-Pairs viel interessanter, weil da geht eben mehr in der Nachtsession, weil hier auch News kommen und weil eben die Währungsräume, Australien, Neuseeland, Japan eben dann in dieser Session hier auch viel aktiver handeln und weil natürlich da auch die Wirtschaftszahlen aus diesen Währungsräumen kommen. Was auf die Stunde geht, geht natürlich auch auf den Tag. Das heißt, hier sehen wir mal die Volatilität in Tagen und interessant dazu, Euro-US-Dollar hatte eigentlich bis vor kurzem auch den schwachen Montag. Das hat sich seit einigen Wochen, hat sich das abgelöst mit dem Dienstag. Wir sehen hier den 10-Wochen-Durchschnitt der einzelnen Wochentage und da wird deutlich, dass der Euro-US-Dollar sich am Dienstag im Schnitt mit 86 Pips bewegt. Also eine Schwankungsintensität von 86 Pips. Das ist jetzt nicht so wenig. Wir hatten Phasen in 2014, da bewegte sich das Währungspaar 30 Pips. Das war nahezu der Super-GAU in Sachen Handel. Das war wirklich ein schwieriges Jahr 2013, 2014. Ab Mitte 2014 ging es ja dann wieder los, aber generell hier nur 86 Pips im Vergleich dazu Donnerstag, 111. Das heißt, wir haben hier schon eine sichtliche Spanne. Also wer Volatilität sucht, geht zum Beispiel auf den Donnerstag. Man muss aber natürlich auch bedenken, was ist der Donnerstag. Wir schauen in die letzte Woche, EZB, jeden Donnerstag einmal im Monat tagt hier Super Mario, Mr. Draghi und gibt hier eben seine Zinsprognosen aus beziehungsweise senkt oder spielt oder macht oder jetzt EZB-Sitzung. Und am letzten Donnerstag hat sich EURUS-Dollar eben auch 4 Cent bewegt oder 400 Pips. Das ist natürlich, Sie sehen hier den durchschnittlichen Bewegungsspielraum, das ist natürlich exorbitant. Und sowas wirkt sich aber auch auf den Donnerstag aus, der eben dann hier sagt, aha, das ist ein sehr, sehr volatiler Tag. Einfach mal zu merken, richtig interessant. Das ist ein sehr, sehr interessantes. Das ist ein sehr, sehr interessantes. Vielen Dank.